Wie aktiviere ich die digitale Camping-Card-Axi-Rabattkarte? Laden Sie die Camping-Card-Axi-App herunter und melden Sie sich mit Ihrem MyAxi-Konto an. Sie haben noch kein MyAxi-Konto? Erstellen Sie es zuerst. Geben Sie Ihre Daten ein und aktivieren Sie Ihre persönliche Rabattkarte. Laden Sie Ihr Länderpaket Ihrer Wahl herunter und suchen Sie nach den schönsten Campingplätzen in Europa. Haben Sie alle Ihre Länderpakete heruntergeladen? Dann finden Sie hier Ihre persönliche Ermäßigungskarte. Hier finden Sie alle Campingplätze, auf denen Sie mit Ihrer Camping-Card-Axi-Ermäßigungskarte günstig campen können. Hier sitzen Sie mit Ihrer